Warst du schon mal so richtig sauer auf Gott, weil der so ungerecht ist? Gerecht ist ja, jeder bekommt das, was er verdient. Wenn du viel leistest, bekommst du viel. Und wenn du nichts leistest, bekommst du auch nichts. Nur bei Gott ist das anders. Da bekommst du nicht, was du verdienst, sondern mehr. Denn Gott ist gütig. Besonders zu denen, die mit dem Leben nicht klarkommen. Du kannst zum Beispiel im Leben alles falsch machen. Nur Mist bauen, dich nie um Gott kümmern und am Ende deines Lebens, dann wendest du dich an ihn und du kommst genauso schnell in den Himmel wie jemand, der seit Kindesbeinen an in der Kirche war. Das ist doch voll ungerecht. Wozu mache ich das denn dann alles? Mir macht das auch nicht immer Spaß, in diesen halbleeren Kirchen schlechte Predigten zu hören. Und wozu engagiere ich mich dann in der Gemeinde? Bin aktiv, setz mich ein. Zählt das alles nichts? Vorsicht, sagt Jesus im Evangelium heute von den Arbeitern im Weinberg. Gott sieht schon das Gute, das du tust und freut sich darüber. Aber pass auf, dass du nicht neidisch wirst und dass dieser Neid deine Beziehung zu Gott nicht am Ende kaputt macht. Heute im Nachtgebet bete ich darum, dass wir gönnen können, dass wir uns freuen können über das, was Gott schenkt, auch wenn wir es nicht bekommen. 22 Uhr im Nachtgebet auf domradio.de Dein Weihbischof Ansgar. Nachdenonde Nelund Tichosen Nachdenonde Nelund Untertitelung des ZDF, 2020